Bitcoin steigt und steigt und er steigt immer weiter. Alleine heute hat er wieder um 5% zugelegt. Und jetzt werden schon langsam die Stimmen wieder lauter, die fragen, ist das alles wieder eine riesige Blase, ähnlich wie wir sie 2017 erlebt haben? Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich der Bitcoin weiterentwickeln und ist da noch Potenzial nach oben? Schaut euch auch mal die vorherigen Videos an, da könnt ihr sehr viel Kontext dazu bekommen. Was wir jetzt machen, wir schauen uns wieder einen sehr spannenden Fakt an und gehen mal in die Daten rein. Hier seht ihr die weiße Linie, die bezieht sich auf Medienartikel, in denen Bitcoin erwähnt wird, wo drüber gesprochen wird. Auch eine Analyse, wie viele Tweets darüber abgesetzt werden. Der Bitcoin-Preis hier in orange. Was wir ganz toll sehen, zu der Bubble-Hochphase 2017, als der Preis wirklich auch raketenartig gestiegen ist, hatten wir quasi ein gleiches Medieninteresse. Aktuell ist da einen riesen Unterschied zu sehen. Viele, gerade sagen wir mal die Buma in Anführungszeichen, die eigentlich auf dem ganzen Geld sitzen, die haben immer noch keine Ahnung von Bitcoin. Die verstehen das System nicht, die setzen sich damit auch nicht auseinander. Und sind wir mal ganz ehrlich, schaut mal selber in euren Bekanntenkreis. Wo informieren sich die Leute denn? Meistens immer noch über dieselben zwei, drei Kanäle, die sie schon immer bespielen. Und wenn die nicht über Bitcoin beispielsweise berichten, dann werden die sich auch niemals damit auseinandersetzen. Diese große Idee werden sie nicht verstehen. Und aktuell jetzt, 2020, Ende 2020, ist da eben jetzt ein Unterschied. Die Medien berichten nicht mehr so stark wie 2017. Das heißt, das ist ein von Fundamentaldaten getriebener Trend, den wir gerade haben. Vor allem durch immer mehr Nachfrage und ein immer knapperes Angebot. Alleine im Vergleich zu 2017 ist durch die Halvings das Angebot schon stark gesunken. Aber das Interesse, gerade bei denen, die wirklich Cash haben, und das sind die großen Hedgefonds, ist enorm gestiegen. Ich habe euch im Video vorher ja schon gezeigt, wie viele auch Firmen schon in Bitcoin investiert haben und eingestiegen sind. Und die Marktkapitalisierung fängt jetzt wieder an zu steigen. Im Vergleich zu 2017 ist sogar das Volumen noch geringer. Allerdings ist das Angebot jetzt verknappt. Das heißt, es kommen nicht mehr so viele Bitcoins auf den Markt wie noch vor drei Jahren. Und auf dieses jetzt geringere Angebot wird eine definitiv immer weiter steigende Nachfrage treffen. Wenn jetzt erstmal PayPal, wie angekündigt hat, Zugänge schaffen wird, damit auch der Otto-Normalverbraucher nämlich Bitcoin kaufen kann, dann geht es richtig ab. Stellt euch mal vor, die Sparkasse beispielsweise gibt die Möglichkeit, über das eigene Konto auch mal ein bisschen Bitcoin zu kaufen. Wenn endlich Heinz doof Zugang bekommt, dann fließt erst das ganze Geld wirklich hinein. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Wie seht ihr es gerade in eurer Verwandtschaft oder in eurem Bekanntenkreis? Haben die Ahnung von der Thematik und verstehen sie überhaupt die Idee hinter Bitcoin? Oder verstehen sie das überhaupt nicht? Wie seht ihr es gerade in eurer Verwandtschaft oder in der Videobeschreibung?